Der Hingucker gestern war wohl das Kleid von Lena Meyer-Landrut. Der Traum in lila mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel überließ wenig der Fantasie des Betrachters. Zuletzt war die Sängerin bei Instagram eher mit nachdenklichen Posen aufgefallen. Aber das ist nur eine Phase, wie die 26-Jährige sagt. Mein Hauptziel war eigentlich vor allen Dingen auch mit diesem Verschieben der letzten Tour, also mit diesem ganzen Momentum, dass ich mir so ein bisschen Zeit einräume zum Nachdenken. Also ganz kurz rechts ranfahren, sortieren, einmal fokussieren und dann weiterfahren. Und das klappt eigentlich ganz gut. In Zukunft will sich Lena Meyer-Landrut stärker auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, wie sie uns sagt, häufiger mal zur Ruhe kommen als bisher.